Was meinst du, was würdest du beantworten, wenn ich dir die Frage stelle, was einem Menschen wirklich seinem Leben weiterhilft? Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, indem man sich mit Dingen, mit Wissen und mit Menschen auseinandersetzt, die einem dieses Wissen vermitteln können oder indem man sich das einfach nur anhört oder anschaut. Und das ist eine Fähigkeit, die ist eigentlich ganz, ganz einfach, aber fällt vielen Menschen schwer. Aus dem einfachen Grunde, weil sie meinen, sie können mit anderen Sachen viel bessere Ergebnisse herbeiführen, die aber so gar nicht bezeichnet werden können. Und aus dem einfachen Grunde solltest du ab jetzt mal dir vor Augen führen, ob der Weg, den du augenblicklich noch gehst, ob das der richtige ist oder ob du jemanden dir wünschst, der dir diesen Weg aufzeigt. Wenn du eine Veränderung herbeiführen möchtest, die eigentlich ganz, ganz einfach ist, wenn man diesen ganzen Wald auch noch sieht, obwohl da lauter Bäume drin sind, dann schick mir mal eine Nachricht und frag dich, was kann ich machen? Und vielleicht wirst du dann ja die Antwort bekommen, wie du gerne hättest. Denk an meine Worte. In diesem Sinne, bis dann.